Ich bin Sonja Müller, Inhaberin und Geschäftsleiterin von HINZ & KUNZ in Niederhefen. HINZ & KUNZ ist ein Dorfladen mit eigener Bäckerei und Produktion. Sehr saisonal und regional bei den Produkten. Und wir haben auch das Vollsortiment von einem Laden. Die Herausforderung war, den Platz für alle Sachen zu finden, Bäckerei und ein kleines Café zu integrieren auf der Grösse der vorhin 8. Dorfläde war. Das Sortiment vom Laden so eingeschmälert, dass kein Kunde zu kurz kommt und dass man noch alles anbieten kann. Beim ROZ hatte ich jemanden, der die Idee unterstützt hat. Der hat eine Zukunft. Und wir konnten sehr gut beistehen beim Sortiment vom Laden, und die ganze krasse Auswertung zu machen.